herzlich willkommen zum dritten und letzten teil meiner fremdkapital challenge was ist passiert vor zwei wochen habe ich mich einer challenge unterzogen wo es mein ziel war ein 100.000 dollar fremdkapital konto aufzubauen da ich mich ja bereits in dieser größenordnung befunden habe habe ich mich dazu entschieden die challenge ein wenig spannender zu gestalten und habe mich dann dazu entschlossen 2 250.000 dollar konten hoch zu traden das ziel war es nun also eine halbe million dollar in fremdkapital aufzubauen und das ziel für ein solches 250.000 dollar trading konto liegt bei 15.000 dollar man muss also ein profit goal von 15.000 dollar erwirtschaften um sich für ein 250.000 fremdkapital konto zu qualifizieren und da habe ich mich einfach gefragt wie soll ich das alles unter einen hut bekommen 30.000 dollar kumuliert in 30 tagen aufzubauen meine zeit ist aktuell sehr sehr eingeschränkt da ich die trago e-learning plattform aufbauen mit unzähligen von lektionen mit hochprofessionellen kamera equipment und kamera leuten das ganze hier aufbaue das kostet unmenge an zeit unmenge an fokus und da bleibt auch nicht viel zeit fürs trading über dennoch habe ich eine technische lösung gefunden wie ich das wenigstens beschleunigen kann bei atas habe ich das ganze miteinander verknüpft wir haben dort die möglichkeit konnten miteinander zu verknüpfen und sobald ich ein geschäft auf einem konto eingehe wird das ganze mit auf das zweite konto übertragen also eigentlich brauche ich mich nur noch um ein konto kümmern und das selben risikoparameter et cetera werden beim zweiten konto automatisch mit übernommen und automatisch mit hochgetradet somit wurden es nur noch 15.000 dollar das zweite konto kopiert einfach alles automatisiert mit angefangen habe ich mit der challenge am 18 und 19 august beendet bzw die bestätigung erhalten habe ich am 13 die bestätigung die zeige ich auch gleich noch mal wie das dann aussieht wenn man eine solche prüfung geschafft hat und wieder in der weitere ablauf ist und meine herangehensweise bei der prüfung war die dass ich mich sehr intensiv mit dem scalping beschäftigt habe ich es gab aktuell sehr sehr viel und diejenigen die mich auf instagram verfolgen haben natürlich gesehen was in die letzten zwei wochen so hergegeben haben vor allem im nasdaq mit dem scalping und das war auch meine herangehensweise sprich aufgrund gewisser regeln bei unseren fremdkapitalanbietern ist es uns nicht allzu möglich dem trade viel spielraum zu geben das bedeutet man muss eine gewisse hamster technik haben um nicht großartig auf die mütze zu fallen zu diesen fallen dazu komme ich auch später noch mal so habe ich mich dazu bewusst entschieden zu skypen und die profits die gewinne relativ schnell abzusichern und zu hätschen und das ganze habe ich dann betrieben sehr erfolgreich da kam ich auf knapp 150 trades gab auch paar intraday trades zwischendurch bei den möglichkeiten die ich natürlich gesehen habe habe ich auch natürlich realisiert aber intensiv wurde hier das scalping betrieben im nasdaq primär und zu den bestätigungen und zu den statistiken dazu kommen wir jetzt einmal eine solche fremdkapital prüfung ist natürlich nicht kostenlos sondern ist mit kosten verbunden gerade bei dieser evaluation später hören die kosten auf ich hatte den vorteil dass gerade zu dem start hier 19.8 und 18.8 das ganze reduziert war die evaluation für ein viertelmillionen konto normalerweise belaufen sich die kosten auf 525 dollar gezahlt habe ich tatsächlich pro konto 263 deswegen habe ich auch gleichzeitig zwei evaluation gestartet das war zu dieser und dieser aktion wo das ganze auf die hälfte reduziert war wie ihr eine reduzierung bekommt das erwähne ich später auch noch mal im am ende des videos da haben wir für euch auch noch mal was was tolles und wie gesagt hier 263 dollar pro 250 konto sollte man das ganze nicht schaffen glaube ich kosten reset 100 dollar oder so wenn man neu anfangen möchte und wenn man es nicht schafft dass in 30 tagen zu bestehen da muss man die regulären 525 dollar bezahlen warum machen die das logischerweise ist das geschäftsmodell auch darauf aufgebaut dass diese betreiber von diesem fremdkapital geschichten natürlich auch viel viel geld verdienen mit diesen evaluations gebühren der reset gebühren weil viele schaffen es nicht zu dem geschäftsmodell möchte ich später auch noch mal paar worte verlieren und wie gesagt hier noch mal die bestätigung was ich konkret für diese evaluation bezahlt habe nachdem man innerhalb dieser 30 tage sein ziel erreicht hat bekommt man bestätigungs nachrichten wie congratulations sie haben das ganze erfolgreich bestanden man muss dann hier so ein dokument ausfüllen wo dann der vertrag im endeffekt niedergeschrieben ist das ganze der fall komplett digital also man muss da wieder in die post hin und her schicken sondern das ganze einfach wirklich absolut digital natürlich auch zu eurem gunsten denn das ganze wird hier niedergeschrieben welche rechte ihr habt was denn die regeln sind die konkreten regeln unter welchen bedingungen ihr auszahlen könnt welche gebühren ihr habt hier trader payments und so weiter und so fort also ich ist wirklich alles niedergeschrieben auf was ihr euch da einlasst und 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 nachdem man das ihm unterschrieben hat erhält man auch schon seine zugangsdaten man hat auch hier das ganze natürlich zweimal für beide konnten man hat dann auch hier die möglichkeit sich so ein zertifikat runterzuladen dass man das ganze bestanden hat hier unten als pdf kann man sich aufhängen wenn man das möchte und dann sieht man auch noch mal welche konnte größe man hier bestanden hat genau am 13 september bin ich damit durch gekommen und so sieht der ganze technische ablauf im endeffekt dann aus das ganze muss man relativ schnell zurückgeschickt werden und ein oder zwei tage später gibt es auch schon die kontotarten jetzt schauen wir uns mal kurz die statistik an dazu öffne ich mal meine trading plattform attas so nachdem das geladen hat sehen wir auch schon direkt hier die beiden performance accounts das ganze erfolgt alles unter einem einem account also wenn ihr die prüfung bestanden habt das ist immer noch dasselbe konto womit dann auch die performance accounts aktiviert werden also die haupt zugangsdaten von dem account werden übernommen die valuationskonten die löschen sich von allein und dann kommen die performance accounts stattdessen rein ich habe heute auch bereits noch einen kleinen trade gemacht mit 450 dollar profit aktuell ist das eine konto bei 251.000 das andere wurde nicht gehandelt 250.000 und ich werde die konnten jetzt so nutzen dass bei dem einen gesculpt wird bei dem anderen geteilt wird und gemeinsam werden wir im live trading mit unseren klienten die konnten aufbauen jetzt mal aber zu den statistiken und zwar will ich hier natürlich den zeitraum aus das ganze gestartet haben wir am 18.08 wir machen wir bis zum heutigen datum ich will hier mal nur das erste konto aus das andere ist eigentlich komplett identisch wie gesagt die trades wurden komplett übernommen und dann sehen wir auch schon hier die statistiken wir sehen wir haben 141 trades vollzogen hauptsächlich short trades oder größtenteils short trades die total pnl waren 16.415 dollar und der großteil der gewinne wurden mit 11 wurden mit 11.460 auf der short seite durchgeführt also wir sehen wir haben mehr als das doppelte an gewinnen auf der short seite realisieren können als auf der long seite liegt natürlich auch hauptsächlich daran dass wir die letzten zwei wochen gerade in den aktien indizes hauptsächlich nur so dahin geschmolzen sind beziehungsweise der nasdaq der s&p der dax nur so dahin geschmolzen ist und auf der short seite sehr sehr tolle möglichkeiten vorhanden waren der average pnl spricht der durchschnittliche gewinn beläuft sich hier auf 116 dollar ist nicht allzu geisteskrank hoch beim scalping ist ja auch vollkommen normal und das ist ja bei 141 trades vollkommen in ordnung der profit faktor ist bei 2,67 sprich wir haben 105 profitable trades 105 trades im gewinn abgeschlossen 36 trades im verlust also hier ist ein verhältnis von knapp 3 zu 1 also jeder 66 prozent trefferquote ist vollkommen in ordnung beim scalping sieht ja auch average profit 250 average loss 273 ist beim scalping üblich wenn man gerade im nasdaq eine hohe handelsfrequenz hat dann profitiert man größtenteils über die trefferquote je nachdem was man natürlich wie man es gab man hat da zwei möglichkeiten über die trefferquote die profitabilität zu erlangen oder über ein solides chance risikoverhältnis wo man dann überdurchschnittlich hohe zfaus anstrebt und hier habe ich hauptsächlich darauf gesetzt möglichst schnell die gewinn abzusichern denn wir können uns hier nicht allzu große drawdowns erlauben dazu komme ich auch spät noch mal zu diese einen besonderen regel der loss der maximale loss den man sich bei diesem konto einfangen kann liegt bei sechseinhalb tausend dollar sprich wenn man sechseinhalb tausend dollar zurückfällt am stück dann ist das konto weg und das konto trade wird zu der regel aber später noch mal mehr gehandelt wurden hier elf tage insgesamt wenn wir uns mal hier die equity anschauen dann sehen wir auch einen relativ konstanten aufbau ist den skalp trades zu verschulden hierfür habe ich auch eine aufzeichnung vorbereitet von ein paar trades die überfliegen wird schnell möchte da nicht allzu viel zeit jetzt dran verlieren deswegen wäre das schnell durch wir sehen hier im s&p folgendes szenario wir bauen hier auf laufend zur aktuellen volumen bergkante sehen wie wir uns hier stark stabilisieren es wird stark hier in den bitte rein gehandelt gleichzeitig halten die käufer den markt auf so dadurch dass wir da oben jetzt immer mehr volumen kumulieren sehen wir dasselbe auch im nasdaq das ganze war ein korrelations scalp nach dieser nach dem close innerhalb dieser abgelehnten preisbereiche hier sehen wir diesen abgelehnten preisbereich wir sehen die kumulation innerhalb eines abgelehnten preisbereiches hier ist der abgelehnte preisbereich dieser worte auch noch mal gehalten verteidigt hat dann auf abgebaut und hier sehen wir wunderbar 325 198 266 im delta wir bauen auf gleichzeitig nimmt das volumen zu die käufer handeln in den ask wir sehen diese starke dominanz in der ask seite sehen ständig größere impulse seitens der käufer und nach dieser kumulation hier beziehungsweise nach dem halten hier habe ich mich dazu entschlossen bei der 40 75 dann lang rein zu gehen weil natürlich auch der s&p wunderbar gehalten hat mit den käufern und dort oben absorbiert und mit dieser korrelation habe ich dann dementsprechend auch wunderbar eine bestätigung erhalten und hat mich dann hier mit fünf kontrakten rein positioniert der stopp liegt in solchen fällen meistens unter den schatten unter den letzten schatten der der ablehnungs kerze sicher der bestätigungs kerze die wir jetzt hier haben und was er danach relativ schnell gemacht hat war mit den käufern aufgebaut wir sehen 250 dollar 275 300 dollar der s&p hat in dieser zeit auch gut aufgebaut und gleich geht es wie ein kartenhaus zusammen zack schuppdiwups 30 40 tics innerhalb von paar sekunden da 46 tics also 1000 dollar innerhalb von paar sekunden und der trade wurde dann geschlossen warum weil wir dort oben auf einmal angefangen haben zu sammeln der s&p hat dort oben auch weiter gesammelt und im nasdaq ebenfalls und in genau diesem moment hier mit 40 tics 1000 dollar sind wir dann hier raus warum es gibt eine grunddevise je länger sich ein trade nicht entwickelt desto schlimmer wird es also wenn ein setup aufgegangen ist und dann auf einmal anfängt zu kumulieren bei einem setup was eigentlich von momentum aus profitiert oder wovon das vom momentum aus abhängig ist dass das ding auf geht oder nicht da muss man einfach dem gegenüber skeptisch werden und risiko minimieren mindestens den stopp nachziehen oder einfach komplett rausgehen wenn das momentum dann erlischt und gleichzeitig in die kumulation reingeht das gegenteil wäre natürlich wenn wir innerhalb einer kumulation jetzt ständig hin und her scalpen würden das hätte bis jetzt darauf nicht ausgelegt gewesen weil das natürlich ein breakout setup verspricht wir brauchen starkes momentum wir brauchen starke volatilität in dem fall hatten wir das momentum und dann wurde das ganze hier wieder unvolatil wir haben kumuliert und dann bin ich hier auch dementsprechend in dieser seitwärtsphase noch raus egal was danach passiert raus trades absichern der zweite trade war ebenfalls ein nasdaq trade short in dem fall mit acht kontrakten ich habe ihn später auf zwölf erweitert aufgrund der sicherheit in dieser in diesem trade beziehungsweise aufgrund der situation was sehen wir hier auch wieder starke korrelation denn wir haben jetzt hier im s&p ein starkes volumen cluster gebildet wir sehen hier 2600 kontrakte im bid 2700 kontrakte im bid 2100 im ask ein starkes volumen cluster bildet sich in den zuvor abgelehnten preisbereichen und diese cluster die haben auch bereits in den vorherigen preisen da unten gab also wir sehen dass wir in diesen preisbereichen bereits eine starke dominanz haben gleichzeitig eine hohe akzeptanz und wichtig für mich ist immer in solchen clustern weil das ganze kann man natürlich auch wunderbar im volumenprofil entdecken hier an diesen high volume notes und volumen bergen was konkret passiert an diesem volumen bergen die wahrscheinlichkeit ist natürlich auch sehr sehr hoch dass wir hier aufladen und dann runterbrechen in das low volume rein sprich das setup war in dem fall exakt hier an dieser high volume note ein breakout short ich fokussiere mich immer darauf was passiert an diesem cluster und handeln wir drunter warm oder handeln wir drüber denn wenn wir drunter handeln müssen das folgende beobachten werden wir hier die ganze zeit zurückgepust zurückgepust dass eine starke liquiditätszonen den wir uns aufhalten wird hier gehalten wenn ja haben wir wunderbare short möglichkeiten gleichzeitig natürlich auf der long seite wenn wir hier nach oben hoch pushen werden wir hier gehalten dann können natürlich auch käufer da sitzen die hier ständig an dieser liquiditätszone pushen und vielleicht nach oben abgehen in dem fall haben wir sehr sehr stark die liquidität hier aufgefressen haben gleichzeitig an diesen volumenclustern gehalten nach unten hier sehen wir das auch noch mal wir eröffnen die neue kerze und pushen direkt runter und das ganze erfolgte im effekt permanent und das war natürlich dann auch die idee dann dahinter die position zu erweitern auf zwölf kontrakte vier weitere kontrakte reingeschoben und da sehen wir auch schon diesen starken abverkauf impuls S&P wurde jetzt in binnen von einer sekunde einfach mal 56 tics verloren hat und das sehen wir natürlich auch wieder stark im nasdaq hier waren wir schon 1400 dollar vorne mit zwölf kontrakten 23 tics nachdem wir auch hier nach diesem tief nach diesen abgelehnten preisbereichen hier erneute ablehnung wunderbar gesehen haben primär war das ziel oder die die einstiegsidee die wir haben hier abgelehnte preisbereiche hier wird gehalten hier wird gehalten wir eröffnen hier oben sehen erneut ablehnung starken pullback runter zack schließen hier bestätigen hier und gleichzeitig haben wir dann im S&P diese absorption gesehen das bedeutet in diesen abgelehnten preisbereichen würde man die ganzen short trades suchen das haben wir gemacht denn ab da ging das ganze nur noch nach unten geschlossen wurde der trade dann hier mit zack 1700 dollar warum weil wir unsere ziel location hier unten erreicht haben die locations die zeichnen wir uns immer im live trading vor der analyse ein der dritte trade ein intraday trade im gold da sehen wir wie wir aktuell hier zum tageshoch aufbauen sehen auch hier eine starke high volume note sehen hier eine starke sammelzonen die sammelzonen habe ich auch hier nochmal immer im 5 eingezeichnet und das ziel hierbei war ein sammelzonen breakout durch das hoch wir sehen auch hier starker aufbau volumen erhöht sich auf 2300 sofort 100.000 gehandelt 800 gehandelt wir sehen das kumulative delta steigt mit an und warten jetzt nur noch auf die bestätigung über dieser sammelzonen ziel oder die zielrichtung war logischerweise dann dementsprechend lang mit einem sammelzonen allgemeinen breakout wir sehen hier den close überhalb unserer sammelzone wir sehen die pullbackeröffnung und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die bestätigung indem wir sehen dass die käufer nun dominieren indem sie es nicht zulassen dass die verkäufer wieder in die sammelzonen reinkommen diese akzeptierten preise sondern über dieser high volume note hier möchten wir halten wir möchten sehen dass wir hier über der 91,50 über den kanten halten die käufer sich hier stabilisieren und nach oben aufbauen das ganze sehen wir nämlich dann jetzt hier die impulse der käufer kann man hier auch nochmal wunderbar sehen wie wir hier ständig aus der sammelzone rausgedrückt werden immer wieder zum eröffnungskurs hochlaufen zur 92,1 und darüber über dieser 92,1 hier wo wir jetzt gerade handeln würde man jetzt die long trade suchen nachdem wir diesen pullback im endeffekt abgelehnt haben das ganze haben wir dann auch gemacht über der 92,20 sind wir dann rein und was er dann kurze Zeit später gemacht hat war er hat noch einmal die sammelzone getestet ist wieder aus der sammelzone hoch hat es geschafft wieder über die high volume hoch zu kommen und sehen auch hier wieder starke impulse in der high volume note und wir stabilisieren uns drüber das ist das was ich meinte wir haben hier 108 kontrakte in den bit rein bekommen und stabilisieren uns hier weiter drüber und das ist das was ich meine mit den high volume notes handeln wir gerade drunter oder handeln wir gerade drüber im orderbuch ist das auch nochmal wunderbar zu sehen 591 kontrakte solange wir uns hier über dieser limit order beziehungsweise über diesen preisbereich der 92,70 stabilisieren ist es gut wenn wir hier ständig aggressive pushes in den ask rein sehen ist es wunderbar wird gehalten und das bestätigt im endeffekt immer noch unseren trade wir waren bereits hier bei der 92,20 oder 92,50 paar tics drüber oder paar tics drunter drin ich glaube das war die 92,50 das schauen wir uns aber jetzt nochmal gleich an denn der trade war relativ schnell hier sehen wir jetzt die entwicklung des trades den einstiegspreis zeige ich auch gleich nochmal den profit der wird auch nochmal gleich eingeblendet das ganze war hier auch wieder im live trading und zack schwuppdi wups eine sekunde später haben wir einfach mal 30 tics verdient mit einem gigantischen impuls nach oben und unsere ziele sind natürlich auch ganz klar definiert vor jedem trading tag haben wir hier unsere analysen in dem fall die big picture locations das ziel unseres trades war dann dementsprechend die höchste location das bedeutet die obere preismarko unserer big picture location und das hat auch relativ schnell erreicht tick genauso gar tick genauso an unserer big picture location dann gedreht wir sehen diesen starken impuls nach oben mittlerweile ja genau 92,40 war der einstiegspreis 41 tics waren wir in dem moment dann schon vorne und das betrug dann hier 3500 dollar 3500 dollar abgeschlossen haben wir den trade ja 3500 dollar mit 8 kontrakten bei der 92,40 geschlossen haben wir den danach aufgrund des erreichen unseres ziels da sehen wir es wunderbar er kommt zu der oberen preismarke an dreht und ja die einzigen möglichkeiten die jetzt da sind ist entweder stabilisiert er sich hier an diesem high volume oder er lehnt es ab und kommt wieder zurück wir haben das risiko gar nicht erst auf uns genommen und hab dann letzten endes hier bei dieser ablehnung dann den trade mitgenommen mit 3000 dollar das ziel was ich davor definiert habe wurde ja eh schon erreicht der letzte trade war ein trade aus dem ersten performance account sprich das war der allererste trade von dem ersten 250.000 dollar konto das ist auch hier ein gold trade gewesen und was erkennen wir hier wir sehen eine klare b formation wir sehen abbauendes volumen sprich es war alles short und jetzt ist halt hier auch wieder die frage trade ich hauptsächlich in eine richtung oder kann man auch theoretisch gegen den kontext traden ich sage immer passt dich immer der situation an wir sehen am vortag einen klaren long markt wir sehen auch hier starke b profile long profile und wir sehen auch hier unsere big picture locations die untere big picture location wird jetzt gerade angelaufen da ist natürlich die frage warum habe ich das ding jetzt nicht short getraded so wie der intraday kontext ist wir sehen die klare volumen verschiebung nach unten wir sehen wie die tiefs geholt wurden die alten tiefs gehalten wurden neue tiefs gebildet werden warum gehen wir nicht mit dem kontext mit weil wir hier in dem fall eine vortrags volumenberg ablehnung hatten gleichzeitig eine big picture location angelaufen wird wir sehen hier vom vortag die hochstiege abgelehnt wurden danach wurde dann der location stabilisiert und abgelehnt nach oben aufgebaut und genau diese preismarke laufen wir jetzt gerade wieder an achtet mal jetzt gleich auf das order buch was im order buch passiert wir sehen im order buch die ersten volumen bildungen am tief wir haben hier bei der 95 30 250 kontrakte gehandelt darunter 240 kontrakte das erste größere volumen mit über 300 kontrakten beziehungsweise 500 kontrakten 535 habe bei der 96 was jetzt mein ziel war war diese ablehnung zu handeln an dieser kante was sehen wir wir sehen 52 kontrakte in den sell limits auf der 95 95 ist jetzt dementsprechend die benchmark die wir beobachten wir sehen auch schon die ersten impulse wie wir nach oben pushen und schauen jetzt mal was mit diesen 52 kontrakten geschieht sagt die wurden reingeholt wir sehen eine imbalance mit 93 kontrakten im ask im footprint chart und immer wieder diese impulse bei der 95 wir sehen jetzt langsam hat sich das ganze auf 107 kontrakte kumuliert hingegen wurden 32 kontrakte gehandelt dadurch entstand auch diese imbalance sprich wir sehen darunter eher das handelsinteresse auf der bid seite und auf der ask seite kommt immer wieder diese kommentar diese impulse rein gleichzeitig bildet sich auch volumen so langsam im order buch in diesem volumen profil und jetzt sehen wir auch schon den entscheidenden moment wir sehen die die tiefs wurden abgelehnt wir sind zum schlusskurs und zum eröffnungskurs der aktuellen kerze gekommen wir sehen dass wir uns über die 128 kontrakten stabilisieren hinterlassen wieder einen abgelehnten preisbereich das delta baut auch langsam auf und wir sehen im order buch wunderbar an diesem volumen profil diese kanten die sich hier gebildet haben und in dieses high volume da oben beziehungsweise an die 96 da oben wollen wir rankommen wir möchten jetzt dementsprechend durch dieses low volume hier durch traden und in diesem low volume würde ich jetzt auch meine trades suchen wir sehen im order buch diese volumen bildung hier das ganze sehen wir auch im volumen profil im 15 chart wie wir über diese high volume notes rüber kommen die impulse nach oben gehen und wir sehen natürlich jetzt auch dass wir da oben bei der 96 das nächstgelegene volumen haben die nächstgelegenen großen kanten haben 300 beziehungsweise 500 35 kontrakte wurden hier bei der 96 gehandelt das ist die preismarke die hürde die wir bezwingen möchten das bedeutet wir möchten jetzt von diesem high volume wo gehalten wurde rauskommen das ganze suchen wir jetzt hier im low volume die einstiege und möchten mal mindestens bis zur 96 hoch scalpen und wenn wir sehen über der 96 wird weiter gehandelt wir pushen weiter hoch vielleicht richtung value area low dann wunderbar dann würden wir ihn weiter laufen lassen das ganze haben wir dann gemacht bei der 95 95 sind wir dann eingestiegen direkt hier in der mitte zwischen dieser zwei high volumes und dann hat er auch schon relativ gut aufgebaut hier sehen wir die impulse zack fast haben jetzt schon die 96 erreicht sehen weitere im balanzen auf der bid seite immer noch kein handelsinteresse die käufer ballern hier alles in den ask rein das delta erweitert sich auf 118 kontrakte und jetzt sehen wir wir stocken oder wir stottern hier bei der 96 kommen da nicht wirklich drüber und das ist im endeffekt der punkt den es jetzt gilt noch zu erreichen entweder schaffen wir es hier über die 96 rüber oder wir gehen dann break even raus oder gehen grundsätzlich raus aber fakt ist wir müssen durch diese hülle durch durch diese high volume note um dann auch zu den next größeren preisen wie der der 97 beispielsweise dann weiter hoch zu kommen es hat nicht lange gedauert bis sich dann der trade tatsächlich entwickelt hat bei der 95 50 das zeige ich auch gleich nochmal war unser einstieg er hat wunderbar über der 96 aufgebaut hat sogar noch mal zur 96 nach der eröffnung hier runter gepusht wurde direkt wieder abgelehnt sprich bei der kante der 96 gab es noch mal eine ablehnung und das ziel wäre jetzt das nächstgrößte volumen nach der 97 die 98 sprich da oben hoch zum value area low hier sehen wir das ganze auch noch mal der erste trade im performance account 15 tics bzw. 13 tics 700 dollar waren wir jetzt in dem fall vorne und ja paar sekunden später waren es dann auch schon wieder 19 tics und in dem preisbereich hier haben wir dann ablehnung gesehen also wir haben es nicht geschafft großartig über die 97 rüber zu kommen da wurde dann direkt wieder abgelehnt und nach der ablehnung hier der 97 bin ich dann auch ein zwei tics darunter rausgegangen ich habe mit 13 tics bin ich dann exakt rausgegangen und habe hier die profits einfach gesichert weil das muss man machen wir haben gewisse regeln bei diesem fremdkapitalkonto natürlich ist es jetzt das ist wahrscheinlich auch so ein schein denken was viele haben kein real reales konto denn wenn ihr euch mal dieses konto anguckt ich öffne mal einfach mal einen chart im s&p lade hier mal den footprint chart rein hier seht ihr rechts noch mal das orderbuch ist ein richtig geiles tool sieht man direkt wie die liquidität da ist man erkennt im horizontalen hier wunderbar wo größere limits sind man weiß direkt wie viele kontrakte ist erfordert um den markt jetzt hin und her zu bewegen ein paar tics zu bewegen super cooles tool und was wir jetzt einfach mal machen können ist wir können jetzt einfach mal diesen dieses konto auswählen hier eins von den beiden und wenn wir uns jetzt mal hier mit fünf kontrakten über eine limit order positionieren nehmen wir mal hier die 65 setzen hier mal so eine sell limit ja da passiert nichts warum passiert da nichts weil das einfach kein reales konto ist hier ist es ist kein echtes konto und bei diesem geschäftsmodell geht es einfach darum dass ihr natürlich eine evaluation bezahlt eine prüfung bezahlt und da wird ja schon die spreu vom weizen getrennt weil viele die diese evaluation zwar schaffen viele aber auch nicht aber darüber hinaus die kumulation dieses echt geld kontos was man bekommt das schaffen dann wiederum sehr sehr wenige und die fremdkapitalanbieter verdienen wirklich sehr viel geld mit evaluation und resets das ist das steht außer frage man darf aber nicht behaupten diese fremdkapitalanbieter ziehen dann ab oder sonst was denjenigen oder diejenigen die es richtig betreiben diszipliniert betreiben nach klaren plan handeln nicht zu gierig sind die kriegen fremdkapital konnten und die werden auch langfristig damit profite erzielen was fremdkapitalanbieter machen ist sie stellen euch nachdem ihr die prüfung bestanden habt trotzdem ein demo konto was so aussieht das wäre es ein echtes konto und unter gewissen bedingungen kann man erst auszahlung tätigen wie beispielsweise bei one up trader ihr kennt das da gibt es auch einen sogenannten threshold erst wenn ein gewisser profit auf dem konto liegt würden die die profite darüber auszahlen lassen das ist nichts anderes als eine zweite evaluation erst wenn ihr diesen zweiten step bestanden habt wenn ihr diesen threshold erreicht habt würden die euch tatsächlich alles darüber alles auszahlen sprich darüber würden die erst das konto aktivieren weil die einfach davon ausgehen dass die meisten die die evaluation schaffen beim nächsten step mit diesem echt geld konto das konto eh wieder verlieren werden und das ist tatsächlich die realität grund ein grund dafür ist natürlich auch die harte regel mit dem trading drawdown und der hat mir auch ein bisschen probleme bereitet zum schluss denn der der trading drawdown der trade auf unrealized profits nehmen wir mal an wir haben jetzt hier ein drawdown von 2500 dollar wenn ich jetzt einen trade laufen habe und mein trade 2000 dollar im plus ist dann zieht dieser drawdown in echtzeit nach das bedeutet der drawdown würde jetzt um genau 2000 dollar mit hochziehen wenn der markt jetzt aber um 2000 dollar wieder zurück geht sprich euer profil wieder auf 0 ist ihr nicht mal im minus seid sondern einfach nur wieder plus minus 0 seid dann seid ihr selber schuld der drawdown der drawdown wird nicht mit zurückgezogen sondern bleibt statisch weitere 500 dollar in verlust euer konto ist platt es klingt unfair das stimmt aber die fremdkapitalanbieter wollen einfach dass man lernt profite relativ schnell abzusichern dass man da nicht allzu sehr im risiko ist wenn der trade oder der markt gegenein läuft dann hat man nicht viel spielraum um da großartig abzuwarten oder nochmal auf rücksetzer zu warten man muss relativ schnell rausgehen und dieser unrealized trading drawdown ist das große problem bei vielen weil bei kleineren verlusten oder bei verlustserien der drawdown wird nicht wieder zurückgezogen sondern der drawdown der trading drawdown ist der punkt wo die meisten einfach daran scheitern denn man hat nicht mehr so viel spielraum wie davor deswegen ist wichtig mit ansteigendem kapital müsst ihr euer risiko vermindern und so habe ich das auch gemacht je mehr profil absichert desto sicherer müsst ihr jetzt mit eurem konto umgehen damit ihr die profits nicht verliert müsst ihr das risiko minimieren nicht aufdrehen das ist ein fehlglaube nur weil jeder 6.000 dollar profit heißt heißt ja nicht dass es jetzt diese 6.000 dollar komplett riskiert werden können ihr habt ein trailing drawdown und dieser trailing drawdown bringt den meisten das genick und das ist auch bei diesem premkapitalanbieter so bei lelo bei dem wir das gemacht haben und da muss man einfach mit einem klaren plan herangehen und vor allem hamstern also wenn ihr trades macht sichert die ab wenn ihr trades und profite macht schaut dass ihr schnell wieder raus seid deswegen ist es bei skalpern etwas einfacher als jetzt bei intraday tradern und ja die branche verdient sehr viel geld damit aber es gibt trotzdem viele trader die sich sehr viel geld über diese fremdkapitalanbieter auszahlen lassen weil das diese minderheit ist die tatsächlich hyper profitabel tradet und ihr eigenkapital mit diesen fremdkapitalanbietern aufbaut so wie auch ich es damals gemacht habe und da muss man einfach nur wissen wie man da am besten vorgeht mit welchen setups man dort am besten vorgeht und kein zocken betreibt weil die meisten machen wirklich so kamikaze aktionen gehen da all in rein schmeißen alles in den pot hauptsache ich besteht das ding auf krampf und wundern sich dann warum das ding dann am ende auch wieder ein reset wird kompletter schwachsinn behandelt das ganze wie ein echtgeldkonto und zur realität das sind keine 250.000 die ihr habt das sind nichts anderes als 6.500 dollar ihr habt einen trailing drawdown von 6.500 dollar das ganze ist wie als hättet ihr ein 6.500 dollar konto sprich mit 25 kontrakten dort zu handeln könnt ihr euch sowieso abschminken erst wenn man da wirklich einen puffer aufgebaut hat von vielleicht 20 25.000 dollar die man real verdient hat kann man vielleicht mal mit 25 kontrakten handeln aber wenn ihr das ding besteht habt ihr keine 250.000 dollar zur verfügung das bedeutet man kann auch nicht mit einer 1% regel handeln denn ein prozent von 250.000 dollar wären 2.500 dollar ihr könnt nicht 2.500 dollar pro trade riskieren wenn ihr bei 6.500 dollar schon Ende gelände ist deswegen müsst ihr es behandeln als wäre es ein 6.500 dollar konto und das ist auch nicht wirklich viel sprich man handelt da maximal mit ein bis zwei drei vier kontrakten mehr aber auch nicht wenn es dann später dazu kommt dass man das ding richtig aufbaut oder ihr habt setups bei denen man auch mit hoher size handeln kann aber nicht allzu lange im risiko ist sondern schnell wieder raus ist wie beim beim scalping beispielsweise auch und da muss man dann wie gesagt auch einfach ehrlicherweise gestehen nicht diese fremdkapitalanbieter sind das große problem sondern die trader die sich bei diesen fremdkapitalanbietern anmelden und haufenweise verluste produzieren evaluations gebühren bezahlen risiko resett gebühren bezahlen weil sie einfach das risiko komplett falsch einschätzen ja und da muss man einfach wissen wie man an die ganze sache herangeht die profite bei diesem fremdkapitalanbieter werden ausgezahlt das ganze streckt sich aber ein bisschen man hat drei monate praktisch so eine Art probezeit wenn man sich für das investor konto entscheidet man hat zwei möglichkeiten accelerator oder investor konnte der accelerator hat hätte jetzt nur noch 625 dollar jordan also nichts also kaum wirklich puffer um sie irgendwie aufzubauen das ist wirklich erstmal schnell hochzocken bei dem investor konto was ich jetzt dementsprechend auch gewählt habe haben wir 6500 dollar und da kann man alle drei monate beziehungsweise pro monat 1500 dollar sich auszahlen lassen drei monate lang und nach den drei monaten kann man sich unbegrenzt kapital auszahlen lassen oder seine profits auszahlen lassen das war es eigentlich auch schon zu diesem video es hat definitiv spaß gemacht dieser ansatz challenge teilzunehmen auch wenn ich mir mehr zeit gewünscht hätte hätte ich das ganze etwas umfangreicher dokumentieren können nichtsdestotrotz challenge erfüllt und spaß hat es auch gemacht wenn ich euch einen tipp mit auf den weg geben kann dann bereitet euch einfach nur sehr sehr gut darauf vor lasst euch wirklich darauf ein und vor allem versteht worauf ihr euch dort einlasst studiert die regeln genau seid euch natürlich auch mit den kosten verbunden beziehungsweise habt eine ahnung davon was passiert oder was im schlimmsten fall passieren kann wenn es denn nicht so läuft das ganze ist natürlich auch sehr kostenintensiv und ja ansonsten ich habe jetzt nicht allzu sehr ins detail gehen können bei den trades das wird den rahmen jetzt komplett springen um da einfach alles auszuholen bzw für jede situation über die marktanalyse zu sprechen über die situation zu sprechen über den kontext zu sprechen über den trade zu sprechen dennoch hoffe ich dass du ein wenig was mitnehmen konntest dafür wird es aber in dem nächsten youtube video eine ausführlichere trade erklärung geben und wenn du dich dazu bereit erklärst und bereit fühlst traden kannst du dich bereits unter beweis gestellt hast und selber eine fremdkapital prüfung eingehen möchtest dann haben wir für dich einen gutschein code bei diesem fremdkapital umbieter lelo rausgeholt und diesen findest du unter dem video in der beschreibung da kriegst du 15 prozent auf deine erste evaluation wünsche viel erfolg und bis zum nächsten video